Aber, Vorsicht, das ist ein Stolper-Sicherer. Ja, wir wollen eigentlich zum Flieger weiter, ne? Jetzt können wir hier bequem über die Brücke oder hier runterlaufen, ist egal. Alle Wege führen zur Fischwelle. Ja, ja. Fischen Laubkuh. Aber es wäre besser für dich, du würdest den Rucksack auf dem Rücken tragen, als auf dem Oberschenkel. Viel besser fürs Leichtgewicht. Nein, da habe ich... Okay. Da putzt, ich habe keinen Verbesser. Da putzt dann nicht völlig leer. Ja, nein. Ja, nein. Ja, nein. Ja, nein. Ja, nein. Da bin ich gerade zu leid, dass ich fast gesehen habe. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht! Ich weiß nicht, was ich hier sind. Die Böden sind auf der Seite und ich weiß nicht! Also, ich weiß nicht, was ich hier ist. Das ist ein Fischfutter, oder? Da ist es noch nicht! Wenn ich hier bin, was ich hier bist, ist es dass ich hier bin! Ich bin jetzt hier! Das ist nicht so, wenn ich hier bin! Was sind das für Fische? Das können Karpfen sein. Ich glaube das sind Karpfen, sieh das. Das schmeckt auch gut für einen Karpfen. Mama will hier eine essen, weil die ziemlich groß ist. Müssen wir zu viert sein und die eine will auch keinen Fisch essen. Also es gibt ein Problem mit einem Karpfen. Ich glaube das ist wie eine ... Ich glaube das ist wie eine ... Ich glaube das ist wie eine ... Ich glaube das ist wie eine Karpfen. Ich glaube das ist wie eine Karpfen. Die sind schon groß. Da kann man mit vier Personen ... Das ist ja schon viel für vier Personen. Der ist schon ordentlich groß. Das sind aber glaube ich keine Forelle. Nein, was könnte das ein Fischer sein? Fischer? Ja, das sind Karpfen. Okay. Aber wenn so ... Lecker Karpfen, vier Personen Karpfen. Der große reicht gut für uns alle. Aber da darf man nicht angeln. Was? Ich glaube nicht. Nein. Ich glaube nicht. Nein. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020